Das ist das langsamste Arschteil. Dies ist eine Fahrt mit einem Schreckaufzug. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Was machen wir denn hier rückwärts? Pumpe und ich sind etwas bescheuert. Geh mal zu. Zwischen Ebene. Übergang zum Aufzug durch Scheidehalle. Dies ist eine Fahrt mit einem Schreckaufzug. Ich stand es dann auch nicht wieder so schön unter. Das ist raus in einem Schraubger. Moh, 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 Moh. Jo. Schalterhalle und Ausgaben